Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, äh, nicht zu einer neuen, zur allerersten Folge, Evolve! Ich hab's ja schon lange angekündigt, jetzt spielen wir jetzt, ich glaub ich habe vier Runden oder so hinter mir und, ähm, mir gefällt's, ganz ehrlich, es ist aber wirklich fröhlich gekauft, weil ich fand 60 Euro für so ein Spiel schon echt krass und Arcade, wenn ich ehrlich bin, mir ist es scheißegal, wie der Rang ist, weil ich verstehe Rang schon hier in diesem Game aber, es ist mir ein bisschen unfair, wenn das Monster, das Hut oder so, schon mehr Leben hat und die Verteidiger, scheiße sind weiß es nicht mehr als WPF meglio Vielen Dank. Wir finden hier nichts.